Sims 4 Logik, Part 8. Oh, was für ein schön eingerichtetes Zuhause. Da fehlt nur noch ein wenig Deko. Aber warte, ein synthetischer Nahrungsteppich? Ein Haufen wichtiger Papiere? Steine? Und auch noch Wäsche? Und alles ist dekorativ? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber bei mir löst das Stress aus. Lasst uns da mal was ausprobieren. Wenn sie das jetzt schön findet, lache ich. Ich würde ausflippen bei dem Anblick. Warum bleibt ihr so ruhig? Das ist nicht ihr Ernst. So leicht sind Sims zufriedenzustellen?